Nach einer Woche in Äthiopien bin ich wieder wohlbehalten zurück und Gott sei Dank auch mit meinem Koffer, der nämlich verschwunden war. Aber das ist vergleichsweise harmlos im Gegensatz zu dem, was ich erlebt habe. Ich bin mit ganz vielen Flüchtlingen zusammengekommen in verschiedenen Camps, in ganz schwierigen Lebenssituationen. Und wenn unsereins dann mal eine Woche seinen Koffer nicht hat, ist das vielleicht eine gute Erfahrung, um sich ein bisschen einzufühlen, wie es diesen Menschen geht. Die haben nämlich nichts, was sie mitnehmen können, außer das, was sie mit ihren Händen tragen können. Bei einer Begegnung mit Flüchtlingen hat der Pfarrer dann deutlich gesagt, das Einzige, was die Flüchtlinge mit sich haben, ist ihr Glaube. Das habe ich spüren können, wie lebendig der ist und wie stark sie darauf vertrauen und wie sie das in dieser schwierigen Situation trägt. Ich bin dankbar für die vielen Akteure, die diesen Flüchtlingen in Äthiopien helfen. Die Regierungsorganisationen, UNHCR, aber vor allen Dingen auch die Kirchen und auch unsere katholische Kirche, die dort in Äthiopien ja gerade mal ein Prozent ausmacht. Ich dachte immer, hier bei uns im Norden, das wäre schon so die unterste Kante. Aber dieses eine Prozent in Äthiopien ist vergleichsweise stark und bringt sich ein und setzt sich ein für die Menschen auf der Flucht. Ich habe gelernt, dass viele ethnische Spannungen zwischen den Menschen bestehen und dass die Grund sind für die Fluchtbewegung innerhalb von Äthiopien. Ich habe gelernt, dass in den Nachbarländern schwierige politische Verhältnisse sind und die Menschen sich nach Frieden und Gerechtigkeit sehen, um eigentlich wieder in ihr Land zurückzukehren. Denn sie wollen es nicht verlassen. Aber die Verhältnisse sind so, dass sie dort nicht leben können. Ich bin dankbar für diese Reise. Sie zeigt, dass wir alle zusammengehören. Es war eine Reise der Solidarität für die Kirche, aber auch für die Flüchtlinge in Äthiopien. Und ich will mich für diese Menschen auch weiter einsetzen, weil wir können sie nicht einfach auf sich sitzen lassen, sondern es ist auch unsere Verantwortung, für diese Menschen zu sorgen. Und deswegen bin ich ganz dankbar, dass ich gleich gestern in einer Gemeinde hier in Hamburg sein konnte und dort auch wieder mit Flüchtlingen aus Äthiopien und Eritrea zusammenstieß, die hier jetzt angekommen sind und die Gott sei Dank hier sicher leben können. Vielleicht haben ja auch Sie in Ihrem Umfeld die Möglichkeit, sich für den ein oder anderen Flüchtling einzusetzen und ihm zu helfen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.